Hallo und herzlich willkommen beim TD-Coach. Heute folgt mal eine persönliche Einladung. Wir spielen ein Spiel Wetten, dass. Ich wette mit euch, dass ihr euch um 20 Punkte verbessert. Dafür bekommt ihr den Einstieg in die App geschenkt. Also macht mit, tragt euch in den TD-Coach ein und startet das Spiel Wetten, dass. So, wie funktioniert das Spiel? Es ist ganz einfach. Jeder, auch die Altkunden, tragen sich in der App unter dem Spiel Wetten, dass ein. Dort muss der Verein, euer derzeitiger TD-R-Wert, Name, Vorname selbstverständlich hinterlegt werden, damit ich den Start-TDR-Wert registrieren kann. Danach schauen wir im Oktober und Dezember jeweils nach, wie euer TD-R-Wert sich verbessert hat. Und wenn ihr es schafft, im Dezember 20 Punkte euch gesteigert zu haben, nehmt ihr noch an einem Gewinnspiel teil. Und jeder Teilnehmer, der am Gewinnspiel mitgemacht hat, wird an einer großen Verlosung zum Ende des Jahres teilnehmen. Die drei besten Teilnehmer mit dem höchsten TD-R-Wert, mit der höchsten Steigerung des TD-R-Wertes, bekommen attraktive Preise. Ich wünsche allen, dass sie ein bisschen Spaß im Training haben und jedem, dass es seinen TD-R-Wert erheblich steigern wird. Viel Spaß beim Training. Euer Rolf. Absatz. Absatz. Versatz. Absatz. Absatz. Vielen Dank.